Moin Leute und herzlich willkommen zu The Photo Space. Ich bin's, euer Felix und wie ihr seht, heute haben wir wieder eine Solo-Folge, der Marc ist unterwegs. Arbeitet Aufträge ab, aber keine Sorge, nächstes Mal ist er wieder mit dabei und heute mache ich das Ganze eben mal alleine. Heute soll es um die Action-Fotografie gehen und was heißt es überhaupt? Ich habe das einfach mal als Sammelbegriff genommen für alles, was sich bewegt, wo eben Action im Bild ist und möchte euch fünf Tipps an die Hand geben, wie ihr sowas am besten fotografiert. Als allererstes kommen wir zur Kamera. Grundsätzlich kann ich fast mit jeder Kamera-Action einfangen, aber ein paar Punkte sind wichtig, was ihr an der Kamera einstellen solltet. Zum einen solltet ihr im M- oder im S-Modus arbeiten, das heißt ihr sollt die Kontrolle über die Verschlusszeit haben. Denn die Verschlusszeit ist sehr wichtig für die Action-Fotografie, ihr wollt ja Bewegung einfrieren und deswegen solltet ihr, je nachdem wie schnell sich das Objekt bewegt, mit mindestens einer tausendstel Sekunde oder kürzer arbeiten. Und gerade wenn ihr im M-Modus arbeitet und eben dann auch noch die Kontrolle über die Blende habt, dann könnt ihr die Kamera gerne in die ISO-Automatik stellen, das heißt die Kamera wählt die passende ISO, um die richtige Belichtung einzustellen. Ist immer von Vorteil, wenn ihr unter schlechten Lichtbedingungen arbeitet und wollt euch aufs Geschehen konzentrieren, dann macht die Kamera eben den Rest, wenn ihr die ISO-Automatik anhabt. Der dritte Punkt, was die Kamera können sollte, ist eine Serienbildfunktion. Das heißt also, die Kamera macht pro Sekunde mehrere Auslösungen, solange ihr den Auslöser gedrückt haltet und fängt eben den besten Moment ein. Kleiner Tipp an der Stelle, mittlerweile können die Kameras echt schnell hintereinander auslösen, also so 20 Bilder pro Sekunde sind kein Einzelfall mehr. Ihr müsst aber nicht immer so hohe Bildwiederholzahlen haben. Einfach aus dem Grund, ihr müsst ja später das Ganze auch sortieren und selektieren. Und deswegen würde ich euch immer raten, je nach Sportart, so schnell wie nötig, so langsam wie möglich. Also es reichen manchmal auch schon drei Bilder pro Sekunde oder fünf Bilder pro Sekunde, um das perfekte Bild hinzukriegen. Und dann habt ihr am Ende nicht so viel Ausschuss, den ihr letztendlich einfach wieder löschen müsst. Zweiter Punkt, die Objektive, was nehme ich am besten? Das klingt immer ein bisschen von der Sportart oder von dem Motiv ab, was ihr fotografieren wollt. Gerade wenn ihr nicht so nah ans Objekt ran könnt, was bei vielen Sportarten der Fall ist, dann natürlich braucht ihr den Teleobjektiv teilweise 200 Millimeter und mehr. Ja, ihr könnt aber manchmal auch einen Weitwinkel verwenden. Gerade wenn ihr nah dran seid, wenn es Sportarten sind, wo ihr direkt beim Athleten seid oder wenn es Objekte sind, wo ihr wirklich dicht dran könnt. Der Vorteil ist, wenn ihr einen Weitwinkel verwendet, dann wirkt es so, als ob ihr mitten im Geschehen seid auf den Betrachtern. Also die Action verdichtet sich nochmal. Der Vorteil von Teleobjektiven natürlich, ihr habt eine geringe Tiefenschärfe, ihr stellt das Objekt frei. Dabei kennt ihr von Fußballbildern oder anderen Sportarten, wo also wirklich der Hintergrund schön und scharf ist. Dritter Punkt, der Autofokus. Wichtig natürlich ist, dass ihr nicht nur schnell genug und kurz genug auslöst, sondern das Objekt soll ja auch scharf dargestellt werden. Bei der Landschaftsfotografie oder Porträts reicht es da meistens, wenn ihr manuell fokussiert oder eben den Einzelfokus habt, wenn ihr einmal drauf drückt, wird fokussiert, Ende der Geschichte. Bei der Sportfotografie oder bei der Actionfotografie solltet ihr mit dem kontinuierlichen Autofokus arbeiten. Das heißt, solange ihr den Auslöser halb gedrückt haltet oder die Autofokustaste drückt, dann fokussiert die Kamera die ganze Zeit. Moderne, spiegellose Kameras haben sogar noch den Vorteil, dass sie Augenerkennung haben, dass sie Gesichts- oder Objekterkennung haben. Das heißt also, die Kamera bleibt immer auf dem Objekt, egal wo es sich innerhalb des Bildes bewegt. Ich zum Beispiel arbeite gerne so, meine Kamera hat einen sogenannten 3D-Autofokus, das heißt, ich habe ein Fokusfeld, das setze ich am Anfang der Aufnahme auf das Objekt, halte dann den Auslöser halb gedrückt oder drücke die Autofokustaste und dann kann ich meine Kamera positionieren, wie ich will und das Objekt kann sich bewegen. Der Autofokus bleibt sozusagen am Objekt kleben. Und das also zum Autofokus bei der Action, bei der Sportfotografie. Als nächster Punkt, ich hatte eigentlich gesagt, man soll eine sehr kurze Verschlusszeit benutzen, es kann aber sein, ihr wollt einen Mitzieher fotografieren, das heißt also, ihr bewegt die Kamera im gleichen Tempo mit dem Objekt, wie es an euch vorbei fährt oder läuft, was auch immer ihr gerade fotografiert. Dann könnt ihr eine längere Verschlusszeit nehmen, kommt immer auf die Geschwindigkeit des Objektes an, 60., 125., 250. Sekunde, hat den tollen Effekt, dass euer Motiv scharf abgebildet wird, aber der Hintergrund verschwimmt. Ich blende da vielleicht mal ein paar Bilder ein, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ja, das also zum Mitzieher. Und als letztes kommen wir zu den Motiven. Ich habe ja schon viele Sachen genannt, also klar, alles was Sport ist, hat meistens mit Action zu tun, wenn ihr nicht gerade Schach fotografiert. Es eigentlich natürlich alle Ballsportarten als Actionfotografie, aber auch alles andere Wassersportarten sind besonders toll, weil dann habt ihr auch noch das Wasser mit den Spritzern und so, was viel Dynamik bietet. Also alles rund um den Sport, ganz klar Actionfotografie. Aber, woran man vielleicht auch nicht denkt, zum Beispiel eure Haustiere. Die rennen quer durch den Garten, kann man wunderbar üben, Actionfotografie zu machen, gibt tolle dynamische Bilder. Gerade die mit einem Teleobjektiv, wenig Tiefenschärfe, sieht super toll aus. Und als letztes natürlich alles, was Autos, Motorrad, Flugzeuge, also alle Dinge, die sich bewegen, die schnell sind, kann man super mit den genannten Tipps ablichten und daraus tolle Fotos machen. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende. Ich hoffe, ich hatte ein paar Tipps für euch dabei, die euch geholfen haben. Wenn es ist, lasst gerne ein Like da. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt einen Kommentar. Nächste Woche gibt es dann, wie ihr schwarz-weiß, den Fotografie-Podcast. Gemeinsam mit dem Marc, der ist dann auch wieder da. Und bis dahin, habt eine schöne Woche und viel Spaß beim Fotografieren. Moin, Leute, und herzlich willkommen zu The Photospace. Ich bin's, euer Felix. Und wie ihr seht, sag mal. Was ist noch zu sagen zu den Kameraeinstellungen? Ich hatte ja schon gesagt, dass ich keine Ahnung habe. So schnell wie möglich, so, man, immer die niedrigste, so niedrig, aber langsam wie möglich, dann müsst ihr, dann müsst ihr nämlich im Endeffekt, ich sage mal.